Ich wollte nicht, bis es nicht mehr ging, in einem Einfamilienhaus wohnen und dachte, das bietet hier neue Chancen. Vor allem hat mich auch gereizt die Innenstadtnähe und eben die Möglichkeit, viele neue Menschen unterschiedlicher Art und Generationen kennenzulernen und zu gucken, was ich da machen ließe. Also meine Erwartungen, die ich gehabt habe, sind voll und ganz erfüllt worden. Ich bin glücklich, hier zu wohnen und mir gefällt vor allem auch die Mischung von dem, was man mit anderen zusammen machen kann. Aber auch, dass es trotzdem hier nicht so etwas gibt wie soziale Kontrolle oder Druck oder Zwang, sondern dass hier so viele sind, dass man auch noch seinen eigenen Bereich hat. Und da ich nach wie vor großen wissenschaftlichen Ehrgeiz habe, auch genügend Zeit für mich selber vor mich hin arbeiten zu können.